Herzlich Willkommen zu einem ersten neuen Let's Play von UMC2, den Omnibus-Mater. Wir fahren heute mit dem M1 New Line City 12C. Das ganze ist nur eine ganz kurze Strecke, das Let's Play wird auch nur 5 Minuten gehen. Wir sehen, wir fahren die Linie 76 Nordspitze Bauernhof. Schmeißen wir den Hobel an, weil wir sind ein bisschen in Zeitverzug. Wir haben 12 Minuten Verspätung. Wir haben das Abfahrt schon angesagt. Ich hoffe von der Tonqualität passt, aber es sollte eigentlich. Und dann geht es auch schon direkt los. Ja, da wollte Kamera einsteigen. Achso, ja, ok. Heute sage ich doch, das wäre falsch eingegeben, aber es passt. Ah, die möchte wird jetzt. Ähm. Das ist ja noch. Genau. So. Dausdorf. Genau. Jetzt haben wir auch die Ansagen hier. Jetzt passt das alles. Genau. Jetzt haben wir auch die Ansagen hier. Jetzt passt das alles. Genau. Wieso geht denn das jetzt hier nicht? Normalerweise hat er eine Start-Stop-Automatik. Ähm. Aber irgendwie funktioniert die gerade nicht. Warum immer. Ja. Können wir nochmal nach hinten gucken hier. So. Ja. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ja. 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 Aber auch diese Ansicht nochmal. Sehr gut. Wir warten noch, dass es grün wird. Dann geht auch die Fahrt gleich weiter. Ähm. Ja. So. Auf fort. Ja. 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 Nordspitze. So, haben wir auch schon zur Linie geschafft, das ist eigentlich, wie gesagt, ein ganz kurzer. Ähm, ja. Genau. Ein bisschen langsam. Genau, A zu spät zu spät war, glaube ich, wie gesagt, ein bisschen Verspätung. So, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst euch, wie gesagt, gerne ein Abo da. Wer auch nicht hat, ähm, machen guten Kommentaren, Daumen nach oben, wir wollen mich freuen. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.